Musik Johanna hat den Rucksack halt gegriff und ich möchte mich befreien. Dafür nehme ich mit den Händen Johannas Füße und öffne sie nach außen. Ich lege mich jetzt komplett auf Johanna drauf, bringe meine Beine hoch in die Luft und kippe zur Seite. Nun halte ich sie fest mit dem Pfannkuchen oder dem Spider-Man.